Hallo Leute, ähm ja, Minecraft 1.4 ist draußen und da gibt es neue Nahrungsmittel, zum Beispiel hier die Karotte oder Kartoffeln und ja, da möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie man da eine richtig coole Farm macht. Ja, dieses Prinzip ist an die Weizenfarm angelehnt und ich würde mal sagen, starten wir das mal. Hier hinten ist so ein cooler Schalter, so und ja, wie wir sehen, kommt da Wasser raus aus Dispensern und erntet das alles schön ab und treibt das hier vorne in einen coolen Schacht und dann hier vorne auf die Druckplatte und ja, dann können wir das schön einsammeln. Ja und wie man das alles baut, das zeige ich euch jetzt. Hier habe ich mal was vorbereitet und ja, hier sieht man schon, äh, diese Felder sind 8x7 groß, damit das Wasser schön abfließen kann und das optimal genutzt wird und diese Wassergräben, damit das Feld halt Feld bleibt und nicht zu dörrt wird. Äh ja, die habe ich schon vorbereitet und hier müssen wir einfach nur Wasser reinkippen, wobei man beachten sollte, dass hier unten es ein Tiefe runter geht, damit sich halt diese Wasserströme nicht in die Quere kommen. So, machen wir immer mal Wasser rein und wie man sieht, geht das bis hier vorne und ja, dann machen wir da oben noch so eine Abdeckung, damit sich das wie gesagt nicht blockiert. Machen wir aus irgendeinem Material, Hauptsache, oder ich empfehle es, keine Erde zu nehmen, weil sonst dort Monsters bohren könnten. So, dann hätten wir hier schon mal alle Wassergräben, so, dann brauchen wir hier oben noch Dispenser, habe ich schon mal vorgebaut, aber das Wichtigste ist, dass hier drin Wassereimer sind, wie man hier sieht. So, und damit wir das alles schön steuern können, machen wir hier unten sozusagen eine Reihe aus Redstone-Fackeln, so, und steuern die halt alle mit Repeatern an, so, die ganze Reihe durch und verbinden das dann alles mit Redstone. So, und hier setzen wir dann auch noch einen Repeater rein, damit das Redstone-Signal durchgeleitet wird und nicht einfach so aufhört. So, verbinden wir das alles schön und dann mit einem Schalter, der muss nicht unbedingt hier sein. So, hier sieht man schon mal, dass Wasser draus rauskommt, weil wir mit den Redstone-Fackeln schon mal die Dispenser angesteuert haben. Und dann machen wir einfach das Wasser aus, indem wir zweimal den Hebel klicken und ja, dann ist alles Wasser aus. Damit hier das mit dem Wasserstrom, was alles abträgt, den wir hier jetzt bauen, nicht in die Quere kommt, ups, das war jetzt nicht geplant, so, müssen wir hier eine Reihe Schilder setzen und das machen wir einfach mal ganz schnell im Zeitraffer. So, das hätten wir jetzt fertig und ja, dann könnten wir jetzt eigentlich schon hier die ersten Sachen pflanzen. Machen wir hier einfach mal eine Reihe Felder. Hier kommen Karotten hin und hier Kartoffeln und das holen wir uns einfach aus dem coolen Bilderrahmen raus. So, und ja, falls ihr euch fragt, was man mit Karotten und Kartoffeln machen kann, hier im Ofen kann man zum Beispiel Kartoffeln zu gebratenen Kartoffeln machen und Karotten kann man zu, ähm, erstens zum Schweinefüttern verwenden oder zum, also mit einer Angel dann noch zum Schweine steuern oder einfach eine goldene Karotte draus machen, die regeneriert dann drei Keulen von der Hungeranzeige. Ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und auch geholfen. Das Wichtigste ist hier eigentlich nur, dass man hier eine Druckplatte hinmacht, damit alle Items hier raufgeschwemmt werden. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und Tschüss.